Als nächstes bitte ich zu mir an die Rednerpulte, an das Pult der Fachexpertin Katharina Schüller und an das Pult des Herausforderers Jan-Gunter Gosselke. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Katharina Schüller heute bei uns zu Gast ist. Sie ist die Vorständin der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens StatUp und viele von Ihnen werden Sie wahrscheinlich kennen und so schätzen wie wir als eine der regelmäßigen Autorinnen unserer beliebten Unstatistik des Monats. Herzlich willkommen. Danke. Heute stellt Frau Schüller eine kontroverse These auf über den Mathematikunterricht in der Grundschule, nämlich, dass dieser abgeschafft gehört und wird in dieser Frage herausgefordert von Jan-Gunter Gosselke. Herr Gosselke hat im Master Banking und Finance an der Hochschule St. Gallen studiert und arbeitet jetzt als Inhouse-Consultant bei einem großen deutschen Elektronikkonzern. Ich darf nicht sagen, welcher. Er ist seit 2014 im Debattiersport aktiv und hat sich vor allem als Juror und Chefjuror in der Szene einen Namen gemacht, unter anderem bei der Westdeutschen Meisterschaft und bei der deutschsprachigen Meisterschaft und hat es auch als Redner in die Finals vieler Turniere geschafft. In diesem Jahr hat er den Goethe-Cup in Frankfurt gewonnen. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben hier eine geballte Herausforderung für Sie zusammengestellt, Frau Schüller. Ja, Sie kennen das Spiel schon. Sie wissen auch, was zu tun ist. Es geht los mit zwei Minuten Eröffnungsstatement. Vielen Dank. Zuallererst, Mathematik ist wichtig. Vielleicht nicht sexy, aber verdammt wichtig. Schlüsselkompetenzen wie Data Literacy sind heute unerlässlich und sie erfordern ein grundlegendes Verständnis dafür, wie aus realen Problemen Daten und wie aus Daten Wissen wird und welche mathematisch-statistischen Werkzeuge es dafür braucht. Aber sie besitzen auch in hohem Maße interdisziplinären Charakter. Die heute immer noch in der Grundschule übliche Art und Weise, Mathematik als eigenes Fach zu vermitteln, taugt dafür nicht. Sie versagt, wenn es darum geht, Mathematik als elementare Kulturtechnik so herauszustellen, dass ihre Schlüsselrolle erkannt wird. Als unersetzliches Werkzeug, um unsere zunehmend von Digitalisierung und Daten geprägte Welt durch Abstraktion zu ordnen und zu verstehen. Und dass das auch erkannt wird von SchülerInnen unterschiedlichster Herkunft, sozialer Prägung und Interessen. Das Kernproblem dabei ist, es gibt zwar Sachaufgaben, Praxisbeispiele, aber diese Beispiele wirken häufig doch sehr, nun ja, konstruiert. Kaufe 16 Bleistifte, 28 Paprika und 34 Rollen Klopapier. Also, ich glaube nicht, dass irgendein Kind das jemals machen würde. Und selbst mir fehlt die Fantasie, wofür man diese Produktkombination eigentlich brauchen könnte. In anderen Schulfächern bleibt die Mathematik hingegen weitgehend außen vor. Kurz gesagt, der heutige Matheunterricht koppelt Mathematik vom echten Leben ab. Deswegen plädiere ich gegen Mathematik als eigenes Fach in der Grundschule. Vielmehr muss die essentielle Bedeutung mathematisch-statistischer Methoden und Werkzeuge in allen Fächern kontinuierlich vermittelt werden. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Eröffnung. Meine Damen und Herren, Worte wie Konfidenzintervall, wie Kortosis, wie lineare Algebra mögen hier Freude im Raum hervorrufen. Bei vielen Schülerinnen und Schülern, bei vielen Studentinnen und Studenten haben sie immer auch ein Schreckensbild im Kopf. Und warum ist das der Fall? Weil es unglaublich komplexe Themen sind. Und weil sie trotzdem essentiell sind für Themen bei der Datenanalyse, nachher bei der statistischen Einordnung. Genau die Themen, die Frau Schüller auch erreichen möchte und wo ich ganz bei ihr bin. Das Problem ist, hier gibt es Abhängigkeiten, die schon ganz früh in der Grundschulzeit anfangen. Denn um all diese Begriffe zu verstehen, muss ich erstmal verstehen, wie kann ich Gleichungen umstellen? Wie kann ich Variablen bestimmen? Wie kann ich all das tun? Und dafür brauche ich wiederum ein intuitives Verständnis für Zahlen. Aus diesem Grund machen wir so viele Übungsaufgaben in der Grundschule. Lernen das einmal eins. Lernen Zehner-Tabellen auswendig. Die machen immer wieder die gleiche Übung, um diese Intuition zu bauen und um gleichzeitig die grundlegende Einordnung zu schaffen, um zum Beispiel zu verstehen, warum eine negative Zahl jetzt im Grundschulzahlenraum noch nicht rauskommen darf, aber später dann schon. Diese Einordnung, aber auch diese Übung, die kriegen wir nur dann hin, wenn wir das alles bündeln in einem Fach, wo wir es an einer Stelle zusammen haben. Denn wenn wir das Ganze im Deutschunterricht, im Biologieunterricht, in der Chemie oder in der Sachkunde behandeln, dann geht es da irgendwo nebenbei unter. Auch wenn es natürlich angebunden werden soll, der Fokus liegt gerade bei Lehrern, denen dieses Fach am Herzen liegt, dann doch eher darauf und nicht auf dieser Übung, die wir brauchen. Nicht auf dieser Einübung der Intuition, aber auch dieses Rahmenwerkes. Und trotzdem können wir das, was Frau Schüller machen möchte, durchaus mehr einordnen. Wir haben zum Beispiel schon heute in vielen Fächern sowas wie Quelleneinordnung als cross-methodologische Kompetenz, die wir trotzdem nicht dediziert in dieses Fach einarbeiten, die wir trotzdem zur Bewertung heranziehen. Ich glaube, es ist deswegen sinnvoller, wenn wir sagen, wir behalten ein Kernfach Mathematik, indem wir all diese Sachen behandeln und versuchen stattdessen zu sagen, mach doch dann mal eine praktische Anwendung in einem anderen Fach. Aber die Übung, die Vermittlung, die bleibt in einem eigenständigen Thema. Herzlichen Dank. Ja, es freut mich ja, dass wir uns hinsichtlich der zentralen Bedeutung von Mathematik einig sind. Jetzt haben Sie von Intuition gesprochen. Ich habe vier Kinder durch die Grundschulmathematik begleitet. Wenn Sie sich mal anschauen, wie da schriftliches Subtrahieren oder Dividieren vermittelt wird, da raufen Sie sich die Haare. Das ist sowas von unintuitiv. Jetzt wurde ja auch die Statistik angesprochen. Das ist ungefähr so nachhaltig, diese Vermittlung dieser grundlegenden Mathematikkompetenzen, wie wenn Sie im Statistikkurs im ersten Semester den Studierenden beibringen, Normalverteilungsquantile in einer Tabelle nachzuschlagen. Kein Wunder, dass Sie das nach der Klausur sofort wieder vergessen, weil niemand im Leben mehr so arbeitet. Und so vermittelt auch der Matheunterricht in der Grundschule ein völlig falsches Bild der Funktion von Mathematik. Kinder lernen von klein an, unsere Welt sei berechenbar und es gebe für jedes Problem genau eine dauerhafte, kontextunabhängige, richtige Lösung. Die Realität, nicht erst seit der Pandemie mit ihren datengetriebenen, aber ja offensichtlich alles andere als objektiv berechenbaren Lösungen, die lehrt uns das Gegenteil. Und das lernen schon kleine Kinder. Das Fach Mathematik dafür mit mehr Praxisbeispielen anzureichern, das klingt charmant, aber das wäre kein praktikabler Weg. Denn es bräuchte dann mindestens 30 Mathestunden pro Woche, wenn nicht mehr, weil so viele Anwendungsbereiche entsprechende Kompetenzen erfordern. Deswegen gehören Mathematik und Statistik als Querschnittsdisziplin in jedes einzelne Schulfach. Jedes Fach sollte zukünftig aus drei Perspektiven vermittelt werden. Erstens der anwendungsbezogenen, das Was der Erkenntnisgewinnung, also das fachspezifische Wissen. Zweitens der technisch-methodischen, das Wie der Erkenntnisgewinnung und dahin gehört die Mathematik. Und schließlich drittens der gesellschaftlich-kulturellen, die wir auch ganz oft vergessen, das Wozu. Und dahin gehören Ethik und Philosophie. Herzlichen Dank. Frau Schüller, vielen Dank. Ich bin ganz bei Ihnen, dass das Beispiel mit Peter isst 60 Maß und was hat er jetzt, nur noch 30 Maß oder Diabetes, dass das keine praktikablen Beispiele sind. Das glaube ich, weist aber eher darauf hin, dass wir den Matheunterricht besser anbinden sollten, als dass wir ihn komplett abschaffen sollten. Dass wir zum Beispiel Formate aufsetzen, wo wir sagen, die Lehrer müssen mehr zusammenarbeiten, um eben Beispiele aus anderen Unterrichtsalltagen zu nehmen. Wie wir es zum Beispiel bei dem 5. Klasse Informatik häufig haben, wo wir sagen, man redet über Präsentationstechniken und gleichzeitig wird sich abgestimmt mit einem Deutschlehrer, mit einem Englischlehrer, mit einer französischen Lehrerin, wie man das einbinden kann. Und diese Abstimmung zu fördern, ist, glaube ich, deutlich zielführender, um genau diese besseren Beispiele zu erreichen, als das komplett abzuschaffen. Ich glaube auch, dass gerade dieses Thema der Einbindung in andere Unterrichtsfächer eine super Idee ist, dass aber das alleine ein Fachlehrer nicht leisten kann. Denn jemand, der etwas ganz anderes vom Fachlichen studiert hat, der weiß vielleicht gar nicht, wie eine Wortanalyse funktioniert, weil man sich im Gamaniski-Studium vielmehr mit Stiltechniken, mit Mitteln und nicht mit Wordclouds oder mit welchen Document Term Matrices oder was es da alles für Fachwörter gibt, beschäftigt hat. Und deswegen sind die auch gar nicht in der Lage, diese Einbindung, die sie wollen, dort zu erreichen und brauchen da die Unterstützung durch jemanden, der die Grundlagen dediziert vermitteln kann. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, diesen Teil zu behalten. Zuletzt geht es ja auch darum, irgendwann nachzuvollziehen, warum all diese Themen, die Sie angesprochen haben, mit Biases, mit fragwürdigen Interpretationen von Daten, wie man die identifizieren kann. Und dafür braucht man irgendwann auch das tiefergehende mathematische Verständnis. Und das erhält man nur, wenn man vorher eben die Grundlagen geschafft hat, um auch die Möglichkeit zu haben, Sachen genauer zu hinterfragen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, wie es bei der Einteilung neben diesen zwei anderen Spalten zwangsläufig aus Zeitgründen der Fall ist. Deswegen sollten wir das weiterhin beibehalten, glaube ich. Ich bin völlig begeistert von meinen Rednerinnen und Rednern. Die machen Punktlandungen hier. Sie können das ja nicht sehen, aber auf dem Bildschirm. Also ganz toll. Nicht vorher eingeprobt. Trotzdem alle immer bei den zwei Minuten. Dann kommen Sie jetzt gerne zu mir und wir spinden Sie wieder ein als Publikum. Jede und jeder von Ihnen hat Matheunterricht in der Grundschule gehabt. Genau, da kommen die ersten Fragen. Sehr schön. Ja, es war sehr interessant. Vielen Dank. Ich glaube aber, dass es, Frau Schüller, überlegenswert ist, ob man in einer Grundschule Mathematik oder anders bezeichnet rechnen lernt. Ich bin der Meinung, in der Grundschule muss man rechnen lernen. Und mathematisches Denken, von dem Sie sprechen, und was insbesondere auch, ich sage mal, übergreifend geübt werden soll, das kommt meiner Meinung nach auch erst in den späteren Klassen, 5, 6, 7. Ich will Ihnen sagen, ich habe in der Vergangenheit Nachhilfestunden für Migranten gegeben. Die konnten noch nicht richtig rechnen. Und das war das größte Hindernis, um in der 6. und 7. Klasse Mathematik zu machen. Also ich plädiere dafür, Rechnen in der Grundschule ist ganz, ganz wichtig. Mathematisches Denken beginnt meiner Meinung nach, sicherlich auch in der Grundschule, aber überwiegend dann in den weiterführenden Klassen. Vielen Dank. Sie geben mir ein ganz, ja. Sie geben mir ein tolles Stichwort, weil es mir ermöglicht, auch auf meinen Kontrahenten noch zu entgegnen, der vorher als Praxisbeispiele, Wordcloud-Analysen, glaube ich, haben Sie genannt, angeführt hat, die ja nun wirklich in der Grundschule überhaupt nichts zu suchen haben. Darum geht es gar nicht. Sondern dieses Rechnen, von dem Sie sprechen, ich glaube, das kann man von jedem Fachlehrer erwarten, dass er in der Lage ist, das zu können und auch das zu vermitteln. Ich meine, wir Eltern übernehmen das ja regelmäßig, weil es den Kindern in der Schule nicht wirklich nachvollziehbar beigebracht wird. Und ich glaube, es ist durchaus möglich, das in vielen anderen Fächern auch aufzuzeigen. Am Beispiel, woran kann ich erkennen, wie alt ein Baum ist, indem ich die Jahresringe zähle? Wie wird eigentlich ermittelt, wie alt ein Dinosaurierknochen ist? Oder, um mal hier an unserem heutigen Thema zu bleiben, wie viele Wörter muss ich mir eigentlich überlegen, wenn ich zwei Minuten lang reden möchte? Da kommt man ganz schnell nämlich auch an die Verhältnisrechnung, wenn ich weiß, wie viele Wörter ich pro Minute spreche, dann kann ich mir das nämlich abzählen. Und das hat ganz viel mit Rechnen zu tun, muss aber nicht in einem eigenen Fach Mathematik vermittelt werden. Möchten Sie auch? Ja, gerne. Also ich glaube, mit dem Rechnen, da haben Sie vollkommen recht. Und ich glaube, auch mit dieser Einbindung ist das durchaus eine gute Sache. Aber das erfordert für mich keine eigene Abspaltung des ganzen Zeitlichen. Das ist ja etwas, das kann man relativ fließend einarbeiten in die eigenen Fächer und trotzdem noch die Praxis, das Mechanische, das Trainieren des Gehirns auf bestimmte Operationen des Rechnens und auch, wie kann ich was wie umstellen, das trotzdem in einem eigenen Unterrichtsfach zu halten, unterstützt ja dann gerade auch so etwas wie Baumringe zählen. Ich glaube, das ergänzt sich da sehr gut, um ehrlich zu sein. Herzlichen Dank. Wir hatten noch mehr Fragen da vorne. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank erstmal für die spannende Diskussion. Ich finde jedoch, dass wir uns ein bisschen hier im verbalen, luftleeren Raum bewegen. Jeder von Ihnen bringt irgendwelche Beispiele, anekdotische Evidenz. Aber wir sind ja hier im RWI. Wir wollen ja gerne empirische Evidenz. Wir wollen ja Politikberatung machen, die auch Hand und Fuß hat, auf einer Basis steht. Und da würde mich interessieren, was sagt denn die empirische Evidenz dazu und was sagt die Wissenschaft? Welche Wegweiser gibt es dort? Ja, wir sehen ja in der Didaktik der Mathematik immer mehr, vielleicht nicht mal nur in der Didaktik der Mathematik, sondern in der Grundschuldidaktik, darüber müssten wir eigentlich immer mehr sprechen, dass Fächer zunehmend zusammengelegt werden. Dass es nicht mehr die einzelnen getrennten Fächer gibt, sondern dass eben Biologie, Naturkunde und so weiter übergreifend vermittelt wird oder Heimatsachkunde, weil sich herausgestellt hat, dass es besser im Gedächtnis bleibt. Und das ist auch das, was wir aus der Forschung wissen. Je praxisnäher, je stärker verankert man die Beispiele bringt, in einem realen Kontext umso wichtiger. Und wir sehen ja die Folgen. Wir sehen die Folgen dessen, dass dies nicht geschieht. Dass Menschen heute oder viele Menschen, selbst sehr gebildete Menschen heute, nicht verstehen, dass Daten nichts Gottgegebenes sind. Die Daten sind nicht einfach da und die sind nicht objektiv, sondern sie sind das Ergebnis eines Mess- und Bewertungsprozesses, eines Entscheidungsprozesses, was ich überhaupt erfassen möchte. Dieser Zusammenhang ist aber den wenigsten Menschen klar. Und das führt unter anderem in der Pandemie zu so großen Problemen. Ich selber habe, um ehrlich zu sein, keinen pädagogischen Hintergrund. Aber was ich denke, was man auch betrachten sollte, ist die Herkunftsseite von den Leuten, die das nachher vermitteln müssen. Denn wir haben ja Leute, die sind Deutschlehrer geworden, weil das was ist, was ihnen liegt. Weil das was ist, was sie gerne tun. Und eben nicht Mathematiklehrer, weil sie sagen, das ist nichts für mich. Und gerade wenn wir so etwas umsetzen wollen, brauchen wir deutlich breiter aufgestellte Lehrkräfte auch, die wir meines Erachtens nicht immer haben. Und wo es hilfreich ist, wenn wir Mathematikunterricht Leute haben, die sich darauf fokussieren und die unterstützend wirken, weil das genau ihre Passion oder auch ihre Fähigkeit ist. Und die damit das Ganze flankieren können und das Wissen mitvermitteln können. Das heißt mal abseits von der rein pädagogischen Frage, gibt es, glaube ich, auch viele praktische Fragestellungen, die wir da berücksichtigen müssen. Herzlichen Dank. Und da war noch eine Frage hier vorne und noch zwei da. Gut, im Chat haben wir auch Fragen, die sammeln wir aber noch ein bisschen. Ja, hier vorne. Hallo, im Grunde meine Frage hat sich, wer konkret auf den Punkt, den Sie eben angebracht haben, wie das konkret funktionieren würde, dass man halt gerade Lehrkräfte, die eben nicht Mathematik studiert haben, diese Konzepte so breit bringen würde, dass sie halt die auch weiter vermitteln können, weil das ja sehr oft, auch gerade beim Statistischen, sehr kontraintuitive Konzepte sind. Also wurde beantwortet schon? Ja, ich kann dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen. Ich denke, dass man durchaus Rechenaufgaben auch in anderen Fachbereichen, in anderen Fächern als Hausaufgabe mitvergeben kann, ohne es explizit rechnend zu nennen. Ja, vielleicht mag man das dann noch vertiefen in Exkursen, die etwas mehr auf das Methodische eingehen. Aber letztlich ist es ja auch in vielen anderen Studienfächern mittlerweile so, dass diese Methoden letztlich nebenher vermittelt werden, beziehungsweise das, was Sie eigentlich brauchen, um fachlich zu arbeiten, in den Statistikkursen gerade nicht drankommt. Und das ist eines der großen Probleme. Gut, wir haben hier vorne noch eine Frage. Da müsste der Kollege einmal sprinten, bitte. Ja, also was mich noch mal interessieren würde, nach der Empirie wurde schon gefragt, aber gibt es da, ich weiß nicht, wie groß die Studien da sind, die es da gibt, aber gibt es denn überhaupt Modellversuche, dass man das gemacht hat? Ich finde das sehr spannend, also gerade vielleicht für die ersten Klassen. Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, es gibt ja, wie gesagt, auch Schülerinnen, Schüler, die haben Angst vor Mathematik. Wenn man das mehr integriert, kann das vielleicht besser werden oder gibt es da gar keine Erkenntnisse? Also ich kenne keine Modellversuche in der Grundschule und ich denke, das ist auch mit einer der Gründe, warum das nicht passiert, ist, dass es ja bedeuten würde, man müsste die ganzen Schulbücher ändern. Und das ist natürlich auch ein ganz großes, sagen wir mal, ein ökonomisches Interesse, warum Matheunterricht als separates Fach weitergeführt werden sollte. Man spricht nicht darüber, aber wir haben ja versucht, an Schulbuchverlage heranzutreten mit unserem Statistikbuch, mit interaktiven Elementen. Das Interesse ist genau null, obwohl klar ist, dass es viel bessere Lernerfolge hervorruft. Aber wir sehen solche Experimente dann in der Hochschulbildung, nämlich beim Thema Data Literacy. Es gibt immer mehr Data Literacy Kurse an deutschen Hochschulen, die genau diesen interdisziplinären Ansatz fahren und die sind extrem erfolgreich in der Vermittlung dieser Kompetenzen. Ich glaube, mittlerweile sind es über 25 deutsche Hochschulen, die solche Kurse oder solche Angebote im Programm haben, teilweise auch gefördert durch verschiedene Landesregierungen oder durch den Stifterverband der Wissenschaften und wir bekommen ausschließlich positive Rückmeldungen. Gut, dann holen wir jetzt eine Frage aus dem Chat noch dazu, gerne auch hier gleich noch aus dem Saal. Ja, wir haben gleich mehrere Fragen, die sich mit den Konsequenzen auf die weiterführenden Schulen beschäftigen. Ich stelle jetzt mal stellvertretend diese Frage. Würde die Abschaffung des Mathematikunterrichts in der Grundschule die genannten Probleme nicht lediglich in die weiterführenden Schulen verschieben? Nein, denn die Abschaffung des Mathematikunterrichts in der Schule heißt ja nicht, dass die Lernziele deshalb verschwinden. Das heißt nur, dass diese Lernziele auf anderem Weg in anderen Fächern und sehr anwendungsbezogen erreicht werden müssen. Ich sehe die Gefahr da schon ein bisschen, um ehrlich zu sein, aus dem Hintergrund, dass ja die Verantwortung auch auf verschiedene Fächer verteilt ist, nicht? Also wenn wir sagen, wir wollen es in verschiedenen Fächern lehren und berücksichtigen, ist dann, wenn jemand nicht das Zahlengefühl für bloße Zählen, sagen wir mal, gelernt hat, ist dann eben Sachkundeschuld, weil die Baumringe nicht gezählt worden sind. Wie ist es im Deutschunterricht gelaufen? Und ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Verantwortungsstreuung, eine gewisse Verantwortungsstreuung, die das erschwert, eben genau diese Qualitätsstandards auch sicherzustellen in den weiterführenden Schulen. Ja, gerne noch mehr Fragen aus dem Chat. Eine weitere Frage an Frau Schüller, die ein bisschen an das anschließt, was Herr Gosselke gerade schon gesagt hat. Woher sollen Lehrer aus verschiedenen Fächern wissen, was jetzt schon einmal erklärt wurde? Lehrer haben schon so zu viel Arbeit außerhalb der Unterrichtsstunden, um sich da noch ständig absprechen zu können. Ja, aber das kann man auch, das kann man ja nicht nur fächerübergreifend betrachten, sondern auch zeitlich. Lehrer müssen ja auch wissen, was im Vorjahr vermittelt wurde. Lehrer aus der weiterführenden Schule müssen wissen, was in der Grundschule vermittelt wurde. Das heißt, das funktioniert auch, ohne dass sie sich absprechen. Die Abstimmung muss eben dann erfolgen, wenn die Lehrpläne geschrieben werden. Und so denke ich, kann das durchaus erfolgen. Und ich möchte gerne vielleicht noch einen Satz dazu sagen, der mir wirklich auf der Seele liegt. Es gibt diesen schönen Satz, die Dinge sind nicht schwierig. Nein, wir wagen die Dinge nicht deswegen nicht, weil sie schwierig sind, sondern die Dinge sind schwierig, weil wir sie nicht wagen. Ich glaube, das ist mal was, worüber wir nachdenken sollten. Sehen Sie da? Ja, gerne. Sehen Sie da Probleme bei der Abstimmung und bei der Arbeitsbelastung der Lehrer oder sehen Sie die eher woanders? Nun war ich nie in der Rolle eines Lehrers, aber allein von der Anzahl kann ich das schon nachvollziehen, diesen Punkt aus der Frage. Das heißt, die Komplexität, wenn man sich nicht nur zwischen den Stufen, sondern auch zwischen den einzelnen Gremien abstimmen muss, natürlich steigert. Also ja, würde ich nachvollziehen können. Gut, wollen wir noch aus dem Chat was reinnehmen? Sonst haben wir hier auch noch Fragen. Können wir gerne machen. Auch nochmal eine Frage an Frau Schüller, zu der natürlich auch Herr Gusselke gerne etwas sagen kann. Die Frage lautet, nun geht es konkret um Mathematik in Grundschulen. Wie definieren Sie das Ziel von Schule in diesen Altersklassen? Sollte nicht die Allgemeinbildung anstatt der Anwendung im Vordergrund stehen? Ja, deswegen habe ich auch in meinem Eingangsstatement gesagt, Mathematik ist eine grundlegende Kulturtechnik, deren Bedeutung in der Grundschule völlig unzureichend vermittelt wird. Und genau deshalb fordere ich, dass diese Bedeutung der Kulturtechnik sehr viel stärker herausgestellt wird, indem wir den Blick von Kindern dafür öffnen, wo Mathematik heute überall in unserem Leben drin ist. Tatsächlich den Punkt mit der Kulturtechnik würde ich vollkommen unterschreiben. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Beispiele praxisnäher gestalten. Trotzdem aber eben, um sie auch ordentlich zu verankern, nicht nur um die Bedeutung dazu zu haben, aber um auch die technischen Aspekte zu verankern, das trotzdem in einem dedizierten Unterrichtsfach zu behalten. Aber ich glaube, bei der Bedeutung bin ich komplett bei Ihnen. Gut, hier vorne war noch eine Frage. Vielen Dank für die spannende Debatte. Ich bin begeistert von der Idee, Mathematik als Querschnittsthema auch in der Schule zu begreifen. Mich hat es doch etwas gewundert trotzdem, dass das Gleichsetzen von Erkenntnisgewinn mit quantitativem Verständnis bislang gar nicht angefochten wurde. Und ich würde dementsprechend gerne noch mal fragen, in welcher Relation Sie beide die Notwendigkeit quantitativen Erkenntnisgewinns mit anderen Methoden sehen, qualitativen Methoden. Ja, ich habe deswegen auch nicht nur von Mathematik gesprochen, sondern von mathematisch-statistischen Methoden, die ja teilweise auch ins Qualitative mit reingehen. Sie haben absolut recht. Wenn ich von Data Literacy spreche, und das ist ja für mich das übergreifendere Thema, dann geht es darum, zu verstehen, wie der gesamte Erkenntnisprozess mit Hilfe von Daten funktioniert. Und der beginnt immer in der realen Welt und mit der Frage, welche Phänomene wir eigentlich überhaupt erfassen wollen. Dann, wie wir diese Phänomene in Daten, das können quantitative Daten sein, es können aber auch qualitative Informationen sein, überführen, diese wiederum auswerten, interpretieren und zurückführen in reales Handeln. Da sind sehr viele qualitative Elemente in diesem Erkenntnisprozess auch mit enthalten. Ja, nur das kommt natürlich in der Grundschule erstmal überhaupt nicht vor. Also eigentlich müsste man das noch zusätzlich ergänzen. Ich glaube, das ist auch teilweise ziemlich verwoben ineinander, also das Qualitative und das Quantitative. Wenn wir uns diese Frage zum Beispiel der Datenquelle anschauen, dann ist das ja auch relativ nah an so einer Quelleneinordnung, wie wir sie in Textbereichen, jetzt nicht in der Grundschule, aber später auch schon haben. Und daran anzuschließen, ergibt, denke ich, definitiv Sinn. Ich denke, das ist losgelöst von der Frage, ob wir das eigene Fach dafür brauchen, aber würde ich definitiv auch den Bedarf sehen, das hier auch anzuwenden, auch den qualitativen Teil. Und dann ist die Frage, vermutlich würde es auch Sinn ergeben, das dann im Teil des Mathematikunterrichts zu thematisieren, aber vermutlich auch nicht in der Grundschule, sondern dann, wenn man ein grundlegendes Verständnis geschaffen hat für eben auch, wo kommen Daten her, was für Biasis könnte es da geben, dass man das auch behandelt, definitiv. Gut, ich lasse nochmal, ja, da noch eins, zwei. Gut, noch haben wir die Zeit. Ja, ich bin hin und her gerissen, was ich gut finde. Ich denke, ich bin vielleicht auch beim Vorthema, weil es sehr viel mit Ungleichheit zu tun hat, mit den Frauen-Männer-Ungleichheit, wo wir es ja ein bisschen haben, nicht nur die SE-Garten-Pilzen, sondern Steuerklasse 5 lassen sich Frauen eher kleinrechnen, die aber in der Schule ja eigentlich immer sehr gut performen. Wir haben mehr Abiturientinnen als Abiturienten. Also die kamen ja eigentlich die Fähigkeiten, aber kriegen es dann im Erwachsenenleben nicht auf die Kette zu sagen, nee, hallo, eigentlich habe ich genauso das Recht irgendwie. Und deswegen frage ich mich, ob Ihr Ansatz, Frau Schüller, nicht eigentlich vielleicht da auch helfen würde, diese Ungleichheit da stärker zu verringern. Auf der anderen Seite kam das Thema Migranten, also vielleicht eher Kinder, die irgendwie aus Haushalten kommen, wo die Unterstützung nicht so da ist, aber wo Sprachprobleme sind, könnte dann Ihr Ansatz nicht genau das Gegenteil irgendwie, das noch verschärfen, dass wenn ich jetzt noch komplexer an Mathe herangeführt wäre oder anders, dass es noch schwieriger ist, wenn ich Sprachprobleme habe. Also ich bin so, dass ich denke, naja, vielleicht wird es Genderunterschiede verringern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass es aber Unterschiede vielleicht zwischen anderen Gruppen auch eher verstärkt, wenn ich Mathe nicht erst mal als dieses reine Zahlenfach, wo ich nicht die Sprache so sonderlich gut für kennen muss, um es erst mal zu bearbeiten und meine Erfolge zu haben. Also das wäre so meine Frage an Sie beide, ob Sie das so sehen oder ob Sie sagen, nee, es ist Quatsch. Ja, es ist ein interessanter Punkt. Die Frage ist, wie komplex man sich verbal ausdrücken muss, um mathematische Sachverhalte oder Rechnen zu vermitteln. Vielleicht kann man das auch bildlich darstellen, visualisieren. Da gibt es ja sicherlich sogar in der Mengelehre auch viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge einfach in Bildern darzustellen. Aber es ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Mir kommt da eben gerade erstens, dass dieser Satz, in Mathe war ich ja immer schlecht, tendenziell doch auch eher von Frauen gesagt wird als von Männern. Und ich finde, das ist einfach ein Unding heute, weil diese mathematisch-statistischen Kompetenzen ja die Grundlage sind von Schlüsselkompetenzen, die wir heute einfach für eine gesellschaftliche Teilhabe in unserer durch Digitalisierung geprägten Welt brauchen. Das heißt, es geht im Kern um eine Demokratiefähigkeit. Und der zweite Punkt, der mir dazu in Sinn kommt, ist, es gibt für Erwachsene ja eine ganze Menge Bücher, die genau dahin ansetzen, dieses Thema, die Bedeutung der Mathematik zu vermitteln. Also zum Beispiel How to be right oder Weapons of Math Destruction heißt es, glaube ich. Dann Klick von unserem Unstatistik-Kollegen, Gerd Gigerentzer, das sind Bestseller, das sind keine Lehrbücher, weil die nämlich eben das aufholen müssen, was wir bei den Kindern versäumt haben. Und sie können den Erwachsenen nicht dazu zwingen, dass die sich Formeln reinpauken, die keinen Bezug haben zu ihrem realen Leben. Und deswegen frage ich mich, warum machen wir das eigentlich bei den Kindern? Sagen Sie, Ungleichheit wird verschärft? Ich glaube tatsächlich, wenn wir einen Ansprechpartner für Leute haben, die das Gefühl haben, sie werden im Moment abgehängt, dann schaffen wir weniger Ungleichheit. Dann schaffen wir mehr jemanden, an den sich diese Leute wenden können. Egal, ob es jetzt Geschlechterunterschiede sind oder individuelle Unterschiede oder Unterschiede zwischen dem Sprachstatus. Wenn wir wissen, diese eine Person, Mathelehrerin, Mathelehrer, ist die Person, an die kann ich mich als Schüler, als Schülerin, als Elternteil oder auch als Lehrer, Kollege, der merkt, da bestehen Defizite, wenden, dass wir dann viel mehr Möglichkeit haben, so Defizite aufzuarbeiten oder auch nur wahrgenommene Defizite anzusprechen, zu sagen, hör mal, du bist doch eigentlich sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass so eine Ansprechperson sehr viel hilfreicher ist, um Selbstbewusstsein aufzubauen und damit zu mehr Gleichheit führt tatsächlich. Sie bringen mich, wenn ich aber noch kurz erwidern darf, noch kurz ergänzen darf, auf eine Idee, Matheunterricht abschaffen, heißt ja nicht, dass wir Mathelehrer abschaffen. Es könnte ja ähnlich wie Förderlehrer, die es in vielen Ortengrundschulen gibt, auch Mathelehrer geben, die zusätzlich in den Unterricht reinkommen und die Methodik nochmal vertiefen, ohne dass das als eigenes Fach geframed wird. Vielleicht wäre das ein praktikabler Ansatz, mit diesem Problem umzugehen. Okay, interessanter Ansatz. Wir haben da noch eine letzte Frage, die wir gerne noch aufnehmen. Vielen Dank, sehr anregend auf jeden Fall. Erlauben Sie mir eine kurze Anmerkung. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass so viel über Formeln zum Beispiel geredet wird, weil wir ja über den Mathematikunterricht in der Grundschule sprechen und da vielleicht auch noch ein bisschen basaler unterwegs sind. Und auch das Reden über den Mathelehrer, da sollte man vielleicht nicht vergessen, dass Mathe- und Deutschlehrer durchaus häufig auch die gleiche Person in der Grundschule sind oder Mathe- und Deutschlehrerinnen. Als Frage an Frau Schüller würde ich gerne noch stellen, Sie sprechen ja von Mathematik als elementarer Kulturfertigkeit. Da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen und denke natürlich gleich an die anderen klassischen Kulturfertigkeiten, also Lesen und Schreiben. Und meine Frage wäre dann, sollen wir dann den Deutschunterricht in der Grundschule nicht auch abschaffen? Weil das wäre dann ja wahrscheinlich auch besser, das auch eher so mit allem zusammen zu unterrichten, Lesen und Schreiben. Also ich stimme Ihnen zu, dass wir viel mehr Interdisziplinarität brauchen in der Grundschule, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist Deutsch ja implizit in den anderen Fächern in der Grundschule schon mit drin, weil meines Wissens wird in den Grundschulen auf Deutsch unterrichtet. Und es werden durchaus auch Rechtschreibfehler angekreidet, wenn man im Heimat-Sachkunde-Unterricht was falsch schreibt. Insofern haben wir ja da schon in gewisser Weise den Ansatz. Ich bin schon stumm geschaltet, ja. Aber das heißt ja eigentlich, Deutschunterricht kann weg, oder? Weil das ist ja in den anderen Fächern schon drin. Wenn wir das Gefühl hätten, dass die Erwachsenen in Deutschland zu wenig Deutsch können und dass diese Kompetenzen zu wenig vermittelt sind, glaube ich, müssten wir darüber auch mal stärker nachdenken, wie wir Deutsch besser vermitteln und ob wir den Deutschunterricht in seiner jetzigen Form nicht abschaffen. Nun gibt es natürlich einen gewissen Prozentsatz, mindestens einen funktionalen Analphabetismus in Deutschland. Das sind allerdings häufig ältere Menschen. Das sind auch durchaus häufiger Menschen mit Migrationshintergrund. Also ist es vielleicht nicht unbedingt die aktuelle Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, bei denen wir da große Probleme haben. Vielleicht nur zum ganz Anfang, zum ersten Punkt. Ich glaube, es gilt auch darum, eben diese grundlegende Intuition solider aufzubauen. Gleichungen, ja, die kommen dann in der Unterstufe, in der fünften und sechsten Klasse. Aber wenn ich dann sehen möchte, 5x gleich 10 und so ein ungefähres Gefühl schon mal haben möchte, bin ich im richtigen Raum, was meine Lösung angeht und kommt da jetzt nicht 20 raus. Gerade dafür, um diese Grundlage zu schaffen, ist, glaube ich, das Rechnen sehr, sehr wichtig, dass man es eben, nicht rechnen statt Mathematik, aber dass man das aufbaut, dass man das solide einübt und dass man das nicht über viele Fächer verteilt. Ich glaube, da kamen wir so ein bisschen her. Herzlichen Dank für diese Fragerunde. Bitte nicht weglaufen, aber Sie bekommen schon mal einen Applaus. Und dann werden jetzt die Take-Home-Messages für uns noch mal kompakt zusammengefasst im Abschlussplädoyer von Frau Schüller. Ja, ich wurde ja vorhin schon nach der Empirie gefragt und ich bin auch Statistikerin, deswegen habe ich selbstverständlich eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe SchülerInnen ungefähr im Alter 13 bis 17 Jahre gefragt, woran sie sich im Grundschulmathematik erinnern und die Antworten sind ziemlich ernüchternd. Keine Ahnung, Google halt nach Lehrplan Plus, wenn du das wissen willst. Ich kann schauen, ob ich meine alten Hefte, es sind O-Töne, ja, ich kann schauen, ob ich meine alten Hefte finde, aber wirkliche Erinnerung habe ich nicht mehr. Also wir haben das immer mit diesem Elefanten gelernt, aber ich weiß keine genauen Sachen mehr. Das bleibt also hängen. Dabei geht es doch um grundlegende Kompetenzen, die unser Weltbild prägen. Stichwort Migranten. Wer sich ein bisschen mit anderen Kulturkreisen befasst, der erkennt das auch sofort. In Uganda zum Beispiel kennt man keine Postleitzahlen. Und wenn Sie da im Kopf 25 und 17 addieren können, dann weckt das eher fair als Bewunderung. Denn Messen und Zählen ist eben nicht überall normal und schon gar nicht in der Lebenswelt kleiner Kinder. Wenn wir denen aber von klein auf vermitteln, dass es Mathematik gibt und das echte Leben, dann werden wir sie nicht auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Wir müssen unseren Kindern die Augen dafür öffnen, wie Mathematik und Statistik heute jeden Lebensbereich durchdringen. Und Werkzeuge, die man ständig und überall braucht, die muss man natürlich auch ständig und überall üben. Darum gehört Mathematik jeden Tag in jedes Fach hinein und darf nicht auf eine Insel verbannt werden. Der Matheunterricht in der Grundschule gehört abgeschafft. Herzlichen Dank. Und auch von Ihnen ein Abschlussplädoyer. Mathematik als Kulturgut und als Grundlage für viele weitere Fächer in der weiterführenden Schule, aber auch im Leben insgesamt, unterschreibe ich sofort, bin ich komplett bei Ihnen, Frau Schüller. Ich glaube aber, dass wir dieses Ziel besser erreichen durch eine Reformation statt eine Revolution, also durch eine Verbesserung des bestehenden Mathematikunterrichts und auch des Unterrichts in anderen Fächern, anstatt diesen komplett abzuschaffen. Dass unsere Textaufgaben näher am tatsächlichen Leben sind, dass wir sie vielleicht an praktischen Beispielen in anderen Unterrichtsformen einbauen, definitiv sollten wir tun, sollten wir haben. Aber trotzdem brauchen wir die Übung und die technische Erfahrung, um die Grundlagen für den späteren Mathematikunterricht zu schaffen, um genau das zu vermeiden, was auch teilweise in den Publikumsfragen ankam, nämlich dass man sich nachher als Unterstufenlehrerin, als Unterstufenlehrer fragt, muss ich das alles nochmal nacharbeiten, um diese Kontinuität gewährleistet zu haben. Zweitens geht es dabei auch um Gerechtigkeit. Das war ja auch etwas, was heute in der Debatte aufkam, dass wir sagen müssen, wir wollen eine Ansprechperson haben, an die sich Leute, die entweder noch nicht so gut in Mathe sind oder die das Gefühl haben, nicht gut in Mathe zu sein, obwohl sie gut in Mathe sind, an die sich diese Leute wenden können. Und ich glaube, da ist es durchaus gut, wenn es auch ein dazugehöriges Fach gibt, um das Vertrauen zu dieser Lehrperson aufzubauen und sie nicht einfach nur so nebenbei mit dabei zu haben. Und auch hier, dass sie als Gerechtigkeitsaspekt dieses Fach und diese Ansprechperson zu haben, die bei Fragen zur Verfügung steht. Und zuletzt glaube ich auch, dass es schlichtweg nicht notwendig ist, den Mathematikunterricht dafür abzuschaffen. Denn solche Sachen wie eine Übung mal einbauen nebenbei, das kann man in den Unterricht flexibel einweben, so wie man auch Veränderungen wie die Internetrecherche eingearbeitet hat, so wie man auch die Einordnung von Quellen und Autorinnen und Autoren eingearbeitet hat. Das erfordert nicht extra Zeit, dass wir ein komplettes Unterstrichsfach abschaffen müssen. Um also diese Grundlage gewährleistet zu haben, aber auch aus den Gerechtigkeitsgründen und aus den weiterführenden Bildungsgründen, glaube ich, sollten wir den Matheunterricht beibehalten und trotzdem natürlich versuchen, ihn so gut und praxisnah wie möglich zu machen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir nachher im Anschluss an die Veranstaltung diese Frage weiter diskutieren werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie weiter diskutieren werden. Für jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Debattier-Duo für die zweite Runde Katharina Schüller und Jan-Gunter Gosselke. Applaus 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 Vielen Dank.